Es gibt nichts mehr zu erzählen, vom kleinen Glück nichts und nichts mehr, vom Leid, das immer groß ist, immer schwer. Wozu noch unter tausend Silben zwanzig wählen, um einen schlanken Strauß von Chrysanthemen und seinen Blütenbrand in allen Farbnuancen zu beschreiben? Wozu sich nächtens damit quälen, Krebs, Aids, den Hunger samt Ödemen und Exzemen in Sätze, Verse, Wörter, Klänge einzukleiden? Zeig's einfach her, Kaposi, Blütenblätter, das Geschwür, ein Bild sagt mehr als tausend Silben, ein Bild. Und jeder denkt, ich sehe, ich erkenne, was geschieht. Und weil man weltweit pro Sekunde zig Trilliarden Bilder sieht, ist alles Bilderlose längst in allen Köpfen am Vergilben. Bin ich dagegen? Meinungslos? Dafür? Ich weiß es nicht, denn mich bewegen private Sorgen. Ein Freund erfuhr soeben, dass er wohl demnächst sterben muss. Ein zweiter Freund hat aufgehört zu lieben und einen Abschiedsbrief geschrieben. Ich gehe. Anna, es ist Schluss. Soweit die Lage, mehr schlecht als recht, von mir in Form gegossen. Brecht übergibt sich, Ben greift nach dem Scheidenspiegel, Rilke lacht. Und in den Lyrikforen werden alle Hasenigel. Gute Nacht. Rilke lacht. Rilke lacht. Vielen Dank.